So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ein bisschen durchatmen, aber bitte nicht die Spannung verlieren. Hier geht's nämlich temperamentvoll weiter mit Katrin Janke und dem Titel Hey DJ! Hey DJ! Jeden Samstag will ich dich in deiner Grenze stehen, schau zu dir und lege dich, wenn deine Knöpfen drehen. Die Musik, die du liegst, macht mich irre an und ich such mir einen Typ, der echt nicht treten kann. Dann leg mal unten dein Lied, werd mal wieder nicht so viel die Zeit verfliegt. Auf die Zuschauer verrührt und fragt dich, wieso stehen alle Frauen auf dem EID? Hey DJ! Du bist der DJ, ich bin total in dich verliebt. Du stehst dort oben, du bist sofort ganz mein Typ. Du bist ein DJ, von dem es nicht viele gibt. Du machst meine Nacht zum Teil und deshalb bin ich so verliebt. Hey DJ! Ja, wieso sind alle Frauen in diesem DJ an? Ist an diesem Kerl, ich denke, was Besonderes dran? Ist es die Art, wie er direkt erschient? Oder macht das nur, obwohl es leider hat ihn so beliebt? Ich kann's mir nicht erklären und will's auch nicht, warum zum Menschen auch aus diesem DJ singt? Und während ich beim ganzen Trümmer nachgebracht, weh mir ein Licht auf, er hat's gemacht. Ein DJ! Er ist ein DJ und ich bin so in ihn verliebt. Er steht dort oben und ist sofort ganz mein Typ. Er ist ein DJ, von dem es nicht viele gibt. Er macht meine Nacht zum Tag und deshalb bin ich so verliebt. Er ist ein DJ und ich bin so in dich verliebt. Er ist ein DJ, von dem es nicht viele gibt. Er ist ein DJ, von dem es nicht viele gibt. Er macht meine Nacht zum Tag und deshalb bin ich so verliebt. So verliebt. Hey DJ! Danke schön. Vielen, vielen Dank.